Ich erkläre, dass ich in neuen Zeiten des Wachstums unterwegs bin. Ich stabiniere nicht und halte nicht an altem fest. Ich bin offen für Veränderungen und weiß, dass Gott bessere Pläne für mich hat. Neue Türen der Möglichkeiten, neue Beziehungen und neue Ebenen der Gunst sind hier und jetzt in Jesu Namen. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Ewiges Leben ist in mir am Werk. Ich bin ein Träger der Gottheit. Die Fülle Gottes wohnt in meinem ganzen Körper. Deshalb lebe ich das Leben in seiner Fülle und verteile jeden Tag Prinzipien der Heilung und Gesundheit an meine Welt. Amen. Ich werde haben, was ich sehr sage in Jesu Namen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin gesegnet. Ich bin reich. Ich bin kraftvoll. Ich bin gesalbt. Ich bin frei. Ich bin geliebt bei Gott. Ich bin geschätzt bei Gott und den Menschen. Ich spreche, was ich sehen will, nicht, was ich sehe. Ich bin ein kostbarer Same. Ich bin gepflanzt auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blühe wie der Palmbaum in den Gärten meines Herrn. Ich trage reichlich Frucht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich nur frisch und blühend sein. Mein Blatt verwelkt nicht. Und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meiner Seele. Meine Seele hört zu, empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen und mein Körper gehorcht. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unzerstörbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi. Und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche Stärke zu meinen Muskeln und Wändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Durchblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Dauchsspecherdrüse. Es ist Leben in jeder Zelle meines Gutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet, stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Kliegmaßen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt. Und meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund, wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich gestrafft. Ich befehle, meinen Haaren an Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum nötig ist, lasse ich Wachstum in meiner Haarfollikel. Meine Zähne, Zahnfleisch, Kieferknochen und die Nerven und Gutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und neurochemischen Transmitter sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommene Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu assimilieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Drogen, Bündchen, übermäßiger Nuss im Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Quatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss in Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staubtiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Mein Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Wirklichkeit der Spermien. Mein Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Allzellen, schützt und erlernt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktionen Missbildung in meinem Körper, in Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und stämischen Frequenzen, in jeder Zeile meines Körpers in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und schlechten Zeilen zu verdauen. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffex und Psychologie ist vollkommen in Christus Jesus Herrlichkeit. Halleluja, Amen. Gott, der Vater liebt mich, ich weiß, ich weiß. Gott, der Sohn liebt mich, ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist liebt mich, ich weiß, dass ich es weiß. Schalom. Gott, der Vater liebt mich, ich weiß.